Nicht unbedingt zu dem jetzigen Outfit, aber... Ansehen wir heiß aus. Diese alle einfach das gleiche annehmen. Aha. Da unten links steht er. Was schön. Was für meine Haftabon hier. Was am schicksten ist. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie ein schönes Video oder so, aber... Was hast du eigentlich gesagt, soll ich machen? Äh, erstmal müssen wir nur schminken. Und, äh, Dani und... Ähm, ich fahr lieber mit meinem Video. So, warte mal. Ja, wir sollten ja auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Bitte? Wir sollten ja auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Jaja. Also, links oder rechts? Da wo man mal die Sachen bei Simeon abgibt oder auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite. Da stehen so viele... Also, einer von euch kann dann auch gerne dahin springen. Ähm... Ich hab mir das jetzt mal markiert. Aber, äh, da stehen halt so viele rum, dass man die halt am einfachsten wegschnipert. Ja. Schnaipert. Dann schnaipern wir mal. Genau. Ach, jetzt kann denn... Ich muss sagen, links übertrifft Besetzung Kuruma. Der Kuruma-Pornmann. Puh. Hat eigentlich irgendjemand nochmal Hallo gesagt? Ähm, ähm, hallo? Ja, herzlich willkommen wieder zurück. Äh, bei GTA Online. Bei den heißen Videos. So, und... Wir müssen jetzt bald zu gehen. Mal gucken, was dann passiert. Wir holen sowas Freunde ab. Ich befürchte, ich bin gerade blöd gefahren, aber... Das... Was hol ich mit jedem auswählen da raus? Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt über das einfach... Wir fahren über die Brücke! Wir fahren einfach gerade... Über die Brücke! Über... Ja, total. Interessant! Ja. Wir... Wir schnaipern jetzt da gleich mal. Ja. Wo muss ich denn da lang? Nimm auf, ja? Ja. Ist das schlimm... Guuuut! Warte für'n Schläppchen! Danni? Kommst du eigentlich auf? Ja, ich versuch es gerade. Nein, dann dann... Danni, dann... Ja, toll, okay. Maske aufsetzen? Habe ich... Habe ich gemacht? Hat meiner die Maske auf? Weiß ich nicht, sehe ich nicht, weil meine... Wir brauchen keine Maske, wir sind voll gut getragen. Außer sind wir gepanzert. Das auch. Nun, 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 nun. Rrrrrrrm! Niii! Ohoho! Eingelogged! Da muss man mal einen B-Punkt markieren. Ja, danke, danke... Den Held, ja! Mega Foch! Also wir haben übrigens eine Loob-Folge auf meinem Kanal. Wo geil, ich hab ihn gar nicht gesehen, haben aber schon ausgesetzt. Geil! Oh, da kommt einer gelaufen. Einfach mal das Auto wegzufallen. Ist hier verkehrt? Ja. Da kommt schon der erste Heli, wer möchte, wer möchte den... Wer möchte den fliegen? Alles gut, alles gut. Wird den Heli fliegen? Den Heli, da die dicke Brumsel halt. Ich dachte, ich soll die fliegen. Naja, schon unterwegs. Was, was, was? Ich dachte, ey, ich schwimme mal rüber. Tauchen. So machen wir es jetzt einfach. Du leckst sie ab? Ich leck sie ab. Oh, was kommt der denn hin? Da kommt jetzt ein dicker fetter Heli, ne? Ja. Hol den Heli runter. Ohne zu sterben. Ich würde das voll toll finden, wenn wir das jetzt mal schaffen, ohne dass jemand stirbt. Das sieht jetzt schon schlecht aus bei mir. Also, ich sehe gar keinen. Das ist so ein roter Punkt auf der Karte, der... Der ist direkt. Aber... Ja, aber ich kann ihn... Ne, der ist nicht über mir. Ich werde geschossen, da müssen noch welche leben, Thomas. Ja, aber... Also, ich sehe von mir aus keinen. Ich glaube nix. Ich werde beschossen, aber ich sehe keinen. Der ist direkt über dir. Der ist nicht bei mir. Der ist am Stück vor mir irgendwo da... Durch den Karten. Thomas. Thomas. Was? Ich werde hier beschossen. Ja, aber man... Also, ich sehe hier das Teil. Oh Gott, was das? Boah, der Bitter. So, warte mal. Wer wird beschossen? Wo? Ich werde beschossen. Nein, da ist keiner, oder? Das ist dieser Scheiß. Ah, warte, 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 warte. Jag mal den Tank da bitte in die Luft. Ah, die snipen überall. Jagd los durch den Tank, die Luft. Das ist glaube ich fast direkt neben mir. Nee, nicht den Tank da hinten. Aber jetzt müsstest du... Das geht doch in Ruhe. Ja, jetzt ist er weg. Jetzt wird er mir auch nicht mal angezeigt. So, ich steige jetzt ein und fliege dann rüber zu euch, oder wie? Hallo? Ja, ich hau dann ab, Thomas. Nee, ihr müsst ja hier mit einsteigen. Ich fliege zu euch jetzt mit dem Ding. Nein, der kommt zu euch. Der kommt zu euch. Wo seid ihr denn? Da kommt... Da ist ein Heli. Ja. Ich zähl den ab. Ich komme zu euch. Geflogen. Ja, ja, komm mal, komm mal hier. Aber für gut nicht rüber. Wir gucken mal kurz auf der Karte. Wie weit? Ah! Er dachte, du bleibst da stehen. Am besten nicht da durch. Ich dachte, du bleibst da stehen. Ich war ganz weg. Er kommt. Scheiße. Oh, dann... Von wie denn her? Not many feathers. If you get me. It's well armed with barely any armor. Vielleicht für die eine, oder soll ich auch einsteigen? So, an die Seite. Alle rein hier, rein hier, rein hier. Wenn die fehlt noch, wir müssen noch abholen. Ja, oder dann hol den natürlich. Ja, der ist da auf der anderen Seite jetzt. Wir müssen den jetzt ganz schnell, zügig, zügig abholen. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Guck, dass die Front immer ziemlich Richtung, Richtung Heli am besten ist. Also so vorbe Richtung. Auf da unten. Oh, Danny. Was ist hier vor? Gut, hier gespawnt. Nein, nicht drehen. Oh. Sind wir zu weit unten. War ein Gegenteil zu denen? Nee. Hab den nicht gefühlt. Komm, so war es mal hinweg. Ich, äh... Oh, was ist los? Ich kann mich hören. Okay, ich muss höher. Jetzt, jetzt, jetzt hab ich ihn. Hast du ihn? Ja, ja. So, äh, Danny. Versuch nochmal zwei die Stand-Lampen zu holen. Geh mal, geh mal da weg, damit ich so ein Lampen kann. So, bisschen Action lohnen hier auf meinem Kanal. Alles richtig. So, übelst grad. Komm hin. Bäh. Los, steck ein, steck ein. Ja, Techno Kaffer unterwegs, ja. So. Ja klar. Am einfachsten ist, wenn wir immer so leicht drüber sind. Hier ist meine... Ja, gut. Das ist bei dir. Lass es mal 300 Grad sein, aber ich... Ich kann nur... Das ist das Höchste, was ich schießen kann. Kannst du das sehen? Ja. Ich steig ein bisschen höher. Links kommt einer. Schiebst du durch die Rotwort, ne, da? Ja, den krieg ich nicht von hier aus. Kriegst du den tot? Ja, ja. Ja, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Da kommt der Nächste. Kommen da unendlich viele oder höre sie irgendwann auf? Das sind, glaub ich, die drei noch. Und sobald wir... Sobald wir fast in der Nähe sind, kommen nochmal zwei. Ja, warte. Dann, glaub ich, hier erstmal schweben. Ich drehe mich in die ins dritte Richtung. Muss ich höher oder kriegst du den? Ja, besser, oder? Jetzt kannst du schon mal fliegen, ruhig mal so gemütlich. Ja, bin ich. Ja, aber die kommen ja von der Seite. Ja, das ist egal. Der Rechte ist der Erste, der jetzt gleich kommt. Von weiter unten, oder? Ja, das ist eine richtig lupige Folge. Bin ja auch noch da. Ja, das ist schon so ein bisschen... Dicht, Kontakt! Bist du höher oder fassen? Bist du höher oder fassen? Bist du höher? So cool, dass die Fragen kommen. Ich steh'n bisschen höher. Keine Chance. Boah, Alter! Was geht los? Wo ist er denn da? Wo ist er denn da? Der war links von dir, der befugst du den Ding eigentlich nicht. Ja, ja. Wo ist er? Wo ist er? Direkt vor uns. Ja, ich kann in der Kamera nicht sehen, wo vorne und wo hinten ist. So, jetzt kannst du ruhig. Ja, weiter. Ja, mach ich aber. Das Ding fliegt sehr schnell. Hust, Hust, ne? Ja. Das ist ja echt, du kannst, du musst nicht unbedingt fliegen. Du kannst das Ding aber irgendwo landen und dann einfach an eins der Geschütze. Oh, Alter, komm schon. Du darfst nicht immer so viel drehen, weil sonst krieg ich sie nicht ins Ziel. Ja, aber Thomas hat das Fettere geschützt vorne. Bitte? Thomas hat vorne dran das Fettere geschützt, deswegen dreh ich. Ich hab vorne immer das Fettere geschützt. Das war aber die Vorlage. Das war aber die Vorlage, ne? Wir müssen ja Thomas seine Bedürfnisse befriedigen. Das war's. Der schlägt sich von hinten an. Niemand will das. Niemand will das. Also es gehört Thomas, niemand will, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Ich will nicht sagen, aber Ricos, Ricos Penispumpe wurde nach meinem Maß gefertigt. Ach, deswegen ist sie so klein. Moment, es werden meldet. Du Dörmer Turm! Du Dörmer Turm! Mein Turm! Ich will auch nochmal. Dann komm ich jetzt ran. Da kommen jetzt gleich noch zwei. Das ist gleich fast, wenn wir da sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nur sehr viele Fettere gemacht. Oh Gott. Das ist so geil, hier über einen öffenen Server zu fliegen und dann einfach auf andere Spiele alle so wegjagen. Das Geile daran ist auch einfach, dass man unendliche Muni hat. Oh ja. Man muss nicht nachladen. Genau. Nimm das, Berge! Fuck off, Mount Chiliyes! Wieder die Hüsten wegfliegen, oder? Ja, ja. Wuhuuu! Du musst das NG in der Recke gegen den Berg schießen und das NG wegschießen. Geil! Wow! Das ist bei dir genauso, Daniel. Darfst du schießen? Oh Mann! Oh Mann! Ja, weil der Rückstoß schiebt, geht immer in die Richtung, wo er geschossen wird. Oder in die andere Richtung. Oder in die andere Richtung. Steuern wir dich. Das ging doch jetzt mal sauber von Staffen, oder? Das war fast. Ohne Probleme. Bis auf dass das Renni gestorben ist. Boah, ich muss unbedingt wieder... Hab ich gar nicht mitgekriegt. Nach der Folge werde ich jetzt mal gucken, was so ein Charge-Kit kostet für den blöden Controller. Also ich weiß nicht, was die komischen, oder wie die komischen Stats berechnet werden. Ich hab keine Ahnung. Der, der die meiste Arbeit macht, kriegt halt die meisten Punkte. Jaja, aber irgendwie...